Die Welt ist rosarot und voller Musik. Vor ein paar Tagen hast du dieses Mädchen kennengelernt und ihr Lächeln treibt ihr Flügel aus dem Rücken. Und sie scheint dasselbe für dich zu empfinden. Vielleicht klingt es ja kitschig, aber du kannst schon sehen, wie ihr weiter in den Sonnenuntergang reitet. Also, alles gut? Nicht ganz. Sie ist die Freundin deines Bruders. Sie ist die Freundin der Rücken.